Musik 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 Willkommen in der Schweiz, genauer im Appenzellerland, wo gerade in Hundwil die Viehschau stattfindet. Musik 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 Ja, willkommen bei uns zu Hundwil an der Viehschau im schönen Appenzellerland. Musik 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Hele, wie ein Grüezius und willkommen hier bei unserem Schnuckenbock. Ja, ja. Und jetzt muss ich euch hier zuerst einmal den Waldemar vorstellen. Weil der Waldemar, er ist hier ganz wichtig in der ganzen Geschichte des Schnuckenbocken. Und so ist er schon ein wenig, ein wenig, ein wenig her. Dann müssen wir uns überlegen, jede Gaststätte muss ja einen Namen haben. Und dann sollen wir eben gerade von diesen Heid-Schnucken auf den Namen Schnuckenbocken kommen. Den Bocken haben wir halt hineingenommen. Weil der Chef ein dummes Verrecken auch noch mit in den Namen hineinwählen. Weil wir ihm dann gefallen, da. Und so ist das. Oh, oh. Musik Im Abzellerland geht es auch hoch hinaus, auf den Sentis, auf über 2500 Meter. Musik 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 Musik